So eine Haube, durch seine Haare glitscht. Oh ja, Heilkraft. Habe ich irgendwas, was noch Jakar es mal gibt? Ach, sie hat weiße Almmacht als Zauber, okay. Gut, ich habe hier nicht zufällig noch irgendeinen Stab oder ein Schild, was zu der Heilkraft gehört, oder? Bin ich danach aus und leider sind, ähm, schnell. Solche Sachen nicht sonderlich gekennzeichnet. Auf meinen Befehl. Auf meinen Befehl. Seid ihr die von da oben? Gerade das gesamte Elfenlagerblatt gemacht haben? Für die Rune. Verstärk die Deckung. Schlagt sie zurück. Dann, alte Männer. Schließ die Reihen. Auf mein Zeichen. Schnell. Bereit. Für die Rune. Was wünscht die Rune? Runenkrieger zu mir. Auf mein Kommando. Und los. In die Schlacht. Mir nach. Und los. Jetzt könnten wir auch theoretisch die da oben am Tor schlagen. Auf mein Kommando. Folgt mir. Jetzt will ich aber erst mal ganz kurz gucken. Oh, der Orgfischer traut sich weit raus. Ja, ich muss hauptsächlich die hier oben in Miratur vernichten. Ja. Vorwärts. Also in der Stadt Miratur. Folgt mir. Aber ich bin mal... Was ist jetzt hier oben los gewesen? Weil sie so wie es aussieht hatte, das Rote Imperium sehr viel Zeit und Lust, sich hier durchzukämpfen. Zu Befehl! Ja. Verstanden. Verstanden. Die Rune ruf wird sofort ausgeführt. Auf dem Weg. Wenn wir uns überlegen, nur mal, um es mal wieder zu rekapitulieren, so wie in Order of Dawn. Ja, haben wir mal angefangen. Also ja, sieht so aus, als hätte die Rote Legion hier ordentlich gewütet. Ja. 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 Ja, ja. 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 Und ja, die hier sind halt einfach zu schwach. Um mir gegen die Elfen zu helfen. Und nachdem ich mir eh alle Mühe gemacht habe, sie zu retten, die 20 Jungs und Mädels hier, will ich sie sich auch noch unbedingt opfern. Also Flüchtlinge, Weitläufer, Widerstandskämpfer. Und los! Und los! Folgt mir! Oh ja, Miratour befreien sollte relativ schnell gehen. Schnell! Jedenfalls kommt es darauf an, wie viele starke Gegner hier rumstehen. Ich hätte eigentlich gedacht, sie wären stärker, aber ich glaube, so stark sind sie gar nicht mal. Ja, vorwärts! Folgt mir! Und los! Zum Angriff! Was wünscht mir, Miratour? Halte durch, Männer! Ich bin bereit. Das ist ein Hinterhalt. Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Zuhörerendiensten. Wird sofort ausgeführt. Wird sofort ausgeführt. Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Also ja, die kleinen Patronien, die hier sind hauptsächlich. Imperiale Gladiatoren, die sind noch ein bisschen rieser, ja. Was wünscht die Ruhne? Haltet durch, Männer! Steh bereit! Bereit! Und los! Mir nach! Sofort! Und los! Folgt mir! Und los! Und ja, mal gucken, wenn wir hier versuchen, alles zu töten, wie lange wir dann durchhalten. Ist ja jetzt etwas doof, dass unsere Priesterin... äh... ...keine... Keine Hauptmärmefrau mehr hat. Keine Hauptmärmefrau mehr hat? In die Schlacht! Schlag sie zurück! Schlag sie zurück! Die Rune ruft? Bleift sie an! Steh bereit! bereit für die rune sie sind überall die rune ruft auf meinem befehl vorwärts soll jetzt noch euch hier los für die freiheit das sind ja auch nur die beiden schreck schließt die rein schließt die reihen wir werden angegriffen ein stehe bereit sie zum seelenfluss versperrt die deckung sie sind überall schließt die ein schlag sie zurück das ist ein hinterhalt auf mein kommando was willst du ohne die rune befiehlt ja vorwärts mir nach ja vorwärts ja die drei gladiatoren und der dracon so halte zahl ja die könnten etwas anspruchsvoll werden mal kurz gucken und nehmen die box hier unten tatsache die leben der wind niemand hält uns auf ich werde dort sein das ist dein ende seid wachsam sind lenke man feil niemand hält uns auf leise wie der wind niemand hält uns auf jetzt nicht so was wünscht die rune so ganz weil ich das zu euren dienst schickt sie zum seelenfluss schlagt sie zurück verstärkt die deckung überall feindlicher angriff für das ist klar schlagt sie zurück 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 bereit mir nach und los die einung ist leider eher lächerlich sofort schnell sofort für die freiheit sie sind überall müssen halten wohnenkrieger zu mir hier zur ehre aronius stand halten männer auf mein zeichen cool überall kommen jetzt auf einmal orks ausgestreunert sogar die orks von hier unten bewegen sich teilweise fußballspieler okay das erklärt jetzt was das hier für ein feld ist auch wenn es eher nur vier fußballspieler sind das ist komisches fußball und ich sehe keinen ball auf mein zeit und da kommt aschbock angerannt auf mein kommand ich würde aber sagen wir sprechen hier erst mal bevor wir mit aschbock reden so und machen erst mal einen cut also bis gleich